Ich bin der Gustav Krug aus Kumpolzkirchen. Kumpolzkirchen ist in der Thermane-Region in Österreich. Ich bin der Junior-Chef des Weinguters. Wir bewirtschaften 30 Echter Weingärten und habe gerade Rotkipflertrauben in der Hand. Die Rotkipflertraube ist eine typische autochthone Rebsorte, die es nur in Kumpolzkirchen gibt und sonst nirgends auf der Welt. Herrlich, süß, säure, betont eine Harmonie der Traube. Es ist einzigartig wirklich auf der Welt die Rotkipflertraube. Und das markante Zeichen des Rotkipflers ist, dass die Blätter rote Blattadern haben und rote Triebspritzen. Noch dazu hat er auch, wenn er vollreif ist, der Rotkipflertraube, eine schöne Säurestruktur. Jetzt haben wir gleich den Wein noch großen. Hier wird den großen Holzfass ausgebaut, den 500 Liter Fass. Diese Harmonie, diese Fülle, ein Traum.